Chat, sagt mir mal. Wie findet ihr diese Jacke? Ganz kurz, ganz kurz, Leute. Kann ich ganz kurz von euch real Opinion zu dieser Jacke haben, Mann. Ich find sie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil, keine Ahnung, so ein Leoparden-Drip, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Aber ich muss ehrlich sagen, ich find sie irgendwie saufresh, Mann. Keine Ahnung, Mann. Ich find sie sehr nice. Ist geil, ist geil, ist geil. Kurz, Chat, danke dafür. Ich hab auch gestern nochmal Haare nachgefärbt, weil ich extrem Bock hatte, mehr zu fashionen. Und das geht natürlich nur mit besseren Haaren, Alter. SSO, Leute. Geisteskranker Track, Mann. Geisteskranker Track gefällt mir richtig gut, Mann. Er hat richtig abgeliefert, wirklich. Welcher Mülltonne hast du denn geschlafen? Ich glaub, im Bett deiner Mutter. Ja, Chat, Mann. Lass mal hier mit einem entspannten React rein starten, Alter. Nougat, der Gottverdammte Ehrenmann im Hintergrund, Alter. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Shoutout an Nougat, Alter. Absolute Ehrenbruder-Musik. Eine Sache, die ich noch ganz kurz reinziehen möchte, Leute. Ganz kurz. Mein Homie Lando, Rapper aus Cologne, hat einen neuen Track rausgebracht, der heißt Benzo Talk. Und ich muss mal gucken, ob das Video da schon online ist. Ist es, Leute. Und ich spiele sogar einen Teil im Video. Ich würde sagen, wir ziehen uns das mal ganz kurz rein. D-King, keine Ahnung, ob du das hochlädst oder nicht, aber ich möchte erstmal ganz kurz einen Shoutout an meinen Homeboy Lando geben, Leute. Die Jacke ist einfach nur hässlich. Ist ja deine Meinung. Ich find dein Gesicht auch nicht unbedingt schön. Also, Leute. Auf geht's. Stream-Event. Chat, ich hab's nicht geschafft, es aufzusetzen. Ich versuch's morgen. Okay, Real Talk. Wundert euch bitte nicht. Also, passt mal auf. Ganz kurz, bevor das Video jetzt hier anläuft, Leute. Kannst du auf Blattas reagieren? Wahrscheinlich möchte ich mir anschauen, was deine Schwester da macht. Bevor ich jetzt hier anfange, Leute. Das Video ist entstanden letzte Woche Samstag auf einer Party. Der ein oder andere Drink wurde getrunken und mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, man hat's, glaube ich, gerade schon gesehen. Da bin ich, Alter. Belastend. Da ist Tee. Wir waren zusammen auf der Party. Ich muss an der Stelle, wie gesagt, einen fettesten Shoutout an Lando raushauen, Alter. Gottverdammt, sehr, sehr sympathischer Dude, Alter. Ein Artist, der extrem viel drauf hat, extrem viel Potenzial hat, Alter. Gölschi Jung, der Lando. Nimmst du Drogen? Absolut nicht, Jungs. Ich trink manchmal ein, das war's. Lando, kompletter Ehrenbruder. Kann man nicht anders sagen, Alter. Ich find's mega top. Kalil, der Ehrenbruder. Also ihr merkt, auch am Namen Benzotalk, Lando hat, äh, genau, eine Beziehung zu diesen Substanzen. Ey, tagsüber ne Zen, ich geh tagsüber schon pennen. Deine Bitch ruft mich an und sie flänt. Deine Nachzügler-Gang ist im Gym und sie stemmt. Bist du tot, kann ich nachts besser pennen. Ey, du Raff für Freiheit, deinen Frieden. Ey, ich kämpfe gegen Monster, gegen Demons. Du Raff für Freiheit, deinen Frieden. Ich kämpfe gegen Monster, gegen Demons. Ey, sie wollen mich tot sehen. Ey, mach um meine Family-Bahn einen Bogen. Ey, ey, wir sind oben. Und das liegt ganz bestimmt nicht an den Drogen. Nein, ey, ey. Tagsüber ne Zen, ich geh tagsüber schon pennen. Deine Bitch ruft mich an und sie flänt. Okay, ich merk schon, Chat feiert's nicht so sehr. Ich find's mega dope, aber ist auch einfach ein Kollege von mir. Von daher, äh, gönnt's euch mal rein, Leute. Lando auf Instagram. Äh, Lando ist nicht wack, Leute. Das ist einfach nur ein komplett anderer Style. Das ist ähnlich wie bei Apache, wo alle gesagt haben, so kleine Hure, komplett wack und dann hat er alles zerfickt. Das wird Lando eh nicht machen. Die Chain hier, die Chain hab ich mir gestern neu geholt, aber die war zum Glück nicht teuer. Ich schwöre, ich seh wirklich grad aus wie so ein richtiges, richtiges Hip-Hop-Drogen-Opferhalter mit dieser komischen Nacke. Leute, ich muss mich wieder komplett anders anziehen, das geht so nicht weiter.